Ja, Donnerstag ist Olli-Tag und es gibt mir mal wieder einen Sonderkacher. Wobei ich frag mich ja tatsächlich, heisst der Albino-Mammut Helmut? Ganz liebe Grüße an den Gerd aus Stuttgart, der ist von dir ein exzellenter Sonderkacher. Mann und Frau, der Rigoberto und Zicklin, das sind schon lange ein Paar und beide haben ihr kleines Problem. Zicklin, die hat unglaubliche Schweißfüße und der Rigoberto hat ganz extremen Mundgeruch. Und so an dem Abend, wo er ihren Antrag machen will, sagt er zu, du, ich muss dir aber jetzt noch was verraten, was mich unglaublich stark beschäftigt. Dann sagt sie, du brauchst mal nichts sagen. Du hast meine Socken gefressen. Du hast meine Socken gefressen. Ja. 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 Ja.